Hallo und herzlich willkommen zurück zu WeGrowth. Wir machen heute Schlaftrünke und ich habe gerade eben kurz meine Hose und meine Schuhe gezaubert und wir haben Haste 3 gekriegt. Das wäre jetzt ultra schnell, aber hyper ultra schnell. Wow, wenn ich 60 FPS aufnehme, dann seht ihr wenigstens ein bisschen mehr, weil es ist echt schnell. So, wo war ich? Ich war bei der purifizierten Milch, die ich noch machen muss für unseren Schlaftrunk. Milch, Odeur of Purity und Dreckle. Die gibt uns Milch. So, also wir haben Wolf of Magic, Icy Needle, Artischocke, Brew of Love, Purified Milk und es fehlt noch ein Kix. Kixer! Kixer, 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 Kixer. Oh, hatte ich Koko Beans gemacht gehabt? Ich meine schon, oder? Hm. Ne, die waren glaube ich dann hier drin. Was? Koko Beans. Ja, ein Koko Bean, ein Weed? Ich glaube schon, irgendwie so. Koko Bean. Koko Bean, zwei Weed. Mh, dann noch was. So. So. Und so. So, ah nee, halt. Anderen Crafting Tableau, der ist noch voll. Ähm. Bapdi Budi Bipdi Do. Okay. Keks. Wupp, wupp. So, nun. Brauche ich ein neues Wasser. Probe habe ich an. Feind, die Feind. Ups. So. Jetzt, äh, habe ich wirklich alles. Ich habe Pure Flat Milk, ja. Cookie, ja. Blue of Love, ja. Wolf of Magic, Icy Needle, Water, Artischocke, Globe. Dann werfen wir jetzt mal alles rein. Ich glaube, die Reihenfolge ist nicht wichtig. Weiße Bubbles sind gut. Fünf Stück. Nicht schlecht, das ist super. Ähm, Blue Sleeping. So. Können wir das schon abgeben? Quest Technisch. Ja. Blub, 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 blub. Boah, wo war das? Ähm, wo ist denn der Quest? Ofen? Versus, oder? Oh Gott. Hallo? Harry, nee, nee. Hm. Jetzt bin ich verwirrt. Wo ist er denn? Kann doch gar nicht so weit oben sein. Was? Ah, oh, oh. Ah. Oh, oh, okay. Oh, oh. Oh. Gut zu wissen. Distillring. Okay. Oh. Ach so, die Gleitmärchen war schon voll komplett. Ja, klar. Äh, blub, 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 blub. Nein. Oh, wir haben neue Quests hier. Yes, baby! Okay. Ähm. Hier, ja. A little dream of my spirited world. Ja. Ähm. Ist die Frage, warte mal. Ähm. Ähm. I hope you're getting back out. With. Do of escape by dying in the dream. Ach so. Okay, das heißt, wenn wir ins Traumland gehen, können wir Icey Needles mitnehmen und sind dann, sind wir sicher. Äh, beziehungsweise können wir da ganz normal aufwachen. Das ist vielleicht keine so schlechte Idee. Moment, dann nehmen wir kurz ein paar Icey Needles mit. Das lassen wir hier. Das lassen wir mal hier. So, Milch. Kommt da hin. Die können hier halt stopp ein. Boo, auf sleeping Dingsbums braten. Nehmen wir mal mit. Hier. Ähm. Dann wollen wir das natürlich hier lassen. Und dafür das anziehen. Schwert in die Hand. Picke. Tasche. Was ist die weiße? Die gute? Nein. Jetzt hab ich mal eine falsche Tasche weggetan. Ganz clever. Das war die grüne, die wir immer dabei hatten. Nein, nicht. So. Dann eben kurz ein bisschen aufräumen. Also. Tun wir mal hier hin. Das kommt hier hin. Ähm. Das lass ich mal hier. Und. Boo. Oh. Oh Gott. Die Krimskrams. Das kommt. Was? Nein. Das kommt hier hin. Die Fläschken. Kommen hier hin. Das Wanner-Tablet. Das brauche ich. Dann. Hier. Krimskrams. Krimskrams. Tools. Brauche ich nicht. Äh. Egal. Das nehme ich mit. Kekse brauche ich nicht. Essen habe ich hier. Dann mein Wand. Der kommt hier rein. Das kommt hier rein. Das Tablet brauche ich. Die Kohle brauche ich nicht. Die Wackeln brauche ich vielleicht. Die können gestapelt werden. Das kann ich hier hin. Das kann auch hier hin. Nehmen wir mit. Und. Für den Fall der Fälle nehmen wir noch unsere beiden anderen Backpacks mit. Man weiß ja nie, was man so in der Traumwelt findet. Und deswegen. Ja. Okay. So. Sind wir ready? Ich weiß es nicht. Müssen wir das am Bett tun? Ich weiß es nicht. Ich mache es einfach mal hier. Ich tue es einfach. Einfach so. Einfach. Einfach so. Oh Gott. Ob das gut geht? Ich bin schon ein bisschen abgeregt. Wo werden wir sein? Was werden wir träumen? Müssen wir Schäfchen zählen? Komm ein Hörner in meinem Traum vor. Wir werden das alles erfahren. Oh Gott. Ah. Nur Eicy Needles. Wo ist mein Zeug? Oh mein Gott. Albtraum. 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 Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Renn um dein Leben. Gibt es irgendwas Wichtiges eigentlich zu holen? Ich habe keinen Plan. Aber hier ist... Krass. Und Wasser. Gibt es irgendwas zu holen? Ansonsten wecke ich mich gleich direkt auf. Ich glaube nicht. Wir können eben kurz ein bisschen laufen. Weil wir sowieso mega schnell sind. Ja ist okay. Ich habe kapiert. Albtraum und so. Wir gehen mal zurück. Das geht so nicht. Hallo. Da bin ich wieder. War kein guter Traum. War ein scheiß Traum. Ich versuche es gleich nochmal. Guter Traum. Guter Traum. Guter Traum. Ach. Wir... Guter Traum. Nein. Nicht guter Traum. Verdammt. Es war gerade noch hell. Und... Ach halt. Lass mich in den Ruhm. Du Kappratze. Guck mal. Hexen. Ja. Wie sehen die denn aus? Hallo. Au. Au. Was eine Arschbratze. Blöde Kuh. Ich hasse dich. Ja. Hab's kapiert. Ich habe hier aber keine Waffe. Hey. Hör damit auf. Ist okay. Mein Gott. Muss man irgendwas Spezielles machen? Warte. Ich mache mal erstmal Tag. Vielleicht. Monster nearby. Super. Wo ist denn hier ein Monster? Wo sind meine Beschützer, die diese Monster wegmachen? Hm? Du. Du. Übel Täter. Kommt hier mal alle her. Ich verstehe das nicht. Okay. Hinlegen und dann nochmal versuchen. In der Hoffnung. Dass wir was Feines finden. Ups. So. Nächster Versuch. Sollten wir vielleicht vorher Traumfänger? Ja. Ach so. Das haben wir schon, äh. Abgehakt. Dann sollte ich. Genau. Jetzt, ähm. Distriuted Cotton. Ach, flog was Grünes. Ähm. Kann man hier anpflanzen? Kann man damit irgendwas machen? Kann man hier anpflanzen? Ich brauche davon zwölf Stück. Das heißt, nee. Wahrscheinlich muss ich sie. Warte mal. Komm, komm her. Nee. Kann man, äh. Falsches Ding. Vielleicht. Vielleicht. Geben wir das mal kurz. Bitte. Danke. Äh. Nee. Hm. Okay, dann halt. Nicht. Äh, dann. Muss ich die wahrscheinlich sammeln. Wie schaut's denn aus? Ach so, die sollte ich. Muss ich sammeln. Ähm. Wenn du spielst worden, but when you collect it, while being... I guess we're not many rooms. Ähm. Okay. Aber wo finde ich denn das Cotton? Ich habe jetzt gerade überhaupt nichts derartiges gesehen. Wir nehmen nochmal einen Schluck und verknudeln uns nochmal in die Traumwelt und gucken, ob wir da vielleicht auch irgendwas derartiges finden. Das wäre ganz schön. Hier in einem Traum. Ist okay. Können wir die hier rauskriegen oder so? Ich habe keinen Plan. War hier noch nie. Aua. Lass das sein. Da hinten ist Licht. Es gibt... Bienenstöcke und Lava. Wow. Wäre eigentlich ganz witzig, die mitzunehmen, wa? Ich glaube... Ne, ich habe keine Ahnung. Da hinten ist irgendwas. Oh yeah. Da haben wir unsere Cotton. Können wir was so nehmen? Ja, können wir. Gut. Hilfe. Wuhu. Hilfe. Äh. Äh. Und. Äh. Mach das weg. Nimm das mit. Los. Wuhu. Ganz viel davon. Jawoll, jo. Jawoll, jo. Jawoll, lo. Wollte ich sagen. Wuhu. Wuhu. Strife. Wuhu. Hey. Trottel. Au. Ja, halt die Klappe. Hilfe. Oh, was ist das? Setzlinge? Cool. Nehme ich mit. Oder auch nicht. Hallo? Ah. Und Setzlinge? Komische Traumwelt. Sehr komische Traumwelt. Ähm. Was ist das? Ist das ein Schnatz? Hab dich. Oh. Ah. Okay. Ähm. Schnatz in der Traumwelt. Okay. Damit kann ich leben. Wo wäre denn hin? Ich. Ich. Hallo? Kleiner Schnatz. Mehr davon. Der Fug. Komische Welt. So, wir gucken mal, dass wir noch ein bisschen mehr Kotten einsammeln. Auf jeden Fall sind wir mit unserem Haste und, ähm, unserem Amulett schneller als die Monster. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir können den wunderbar ausweichen und gucken, dass wir hier noch ein bisschen Kotten snacken. Und dann uns wieder zurück verpieseln. Au. Lass das. Das ist wirklich nicht sehr nett. So. Lass der Schnatz wieder. Was bist du denn für ein Vieh? Hast du einen Namen? Man kann es nicht so schnell erkennen. Ich will immer schnell Stopp drücken. Bei der Stelle gerade und mir sagen, wie das Vieh heißt. Eins. Der ist ja immer noch hinter mir her. Ich glaube, es huckt. Ich bin trotzdem schneller als du. Wow. Der steht deportiert. Das ist unfair. Das ist unfair. Huh. Alles schnell wieder neu laden hier. 54. 54. Das ist schon ganz okay, denke ich. Porm Twine. Back to reality. Hallo. So. Das heißt, wir müssen das Zock jetzt spinnen. Richtig? 4 und ein Whiff und ein String. Gibt ein Porm Twine. Da muss ich 3 machen. Also 3. Whiff of Magic. Whiff. Mhm. Wie heißt's? Ähm. Du da, oder? Muss ich dich? Ne. Das ist League of Miss Futschun. Das Ding mit dem Stern. Da. Whiff mit H. Whiff of Magic. Kriegen wir die auch noch anders? Äh. Breath of Goddess. Ansonsten Rowan. Haben wir noch Rowan hier oben? Rowan? Ne. Haben wir noch Breath of the Goddess. 4 Stück. Daraus machen wir. Mit Lapis. Das Zeug kann vielleicht gar nicht mal so schlecht sein. Vielleicht. Gebrauche ich 3, ne? 3. Try. Ähm. Und. Lapis. So. Bieteschön. Okay. Kann durchbrutzeln. Hier. Oh Gott. Da sind wir noch lange an so einem 10.000. Nicht mal an die einen dran. Und String. Habe ich String hier um fliehen? Nein. Ach nein. Hoppdi hoppdi. Sehr gut. So. Schon mal das. Und das. Und. Äh. Wie viel? Ähm. Ähm. Wie hieß es noch gleich? Achso. So. 4. So. Und fehlt noch. Wiff. Wiff of Magic. Wiff. Wiff. Ha. So. Ach, das neue Buch brauchen wir auch noch. Was brauchen wir denn dann für das Buch? Ähm. Wittscherie. Und die entsprechenden Buch. Ja, wo sind sie denn? Hier. Was fehlt noch? Distilling. Belladonna. Breath of Goddess. Feder und schwarze Farbe. Belladonna. Belladonna. Wo bist du? Ach da. Äh. Belladonna. Wolf of Magic. Ähm. Buch. Farbe. Feder. Gut. Halt. Ein Buch hatte ich hier noch drin, wa? Buch. Habe ich Farbe? Zufällig? Nein. Feder. Zufällig? Nein. Gut. Dann. Ich. Ähm. Farbe. Schwarze Farbe. No. No schwarze Farbe. Gut. Gut. Dann halt nicht. Ähm. Bin ich auch nicht bei den Dingern dabei? Nein. 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 Gut. Dann. Halt nicht. Ähm. Boah. Ja. Darum habe ich grün, wenn ich schwarz wollte. Ach Gottchen. So. Schwarz und ne Feder. Feder. Das kommt weg. Das kommt her. Und go. Gib. So. Und so. Fuck. Next quest. Complete. Ähm. Allerdings nicht hier, sondern... Hier. Genau. Ist okay. Nehme ich. Nehme ich. Nehme ich. So. Weg, weg. 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 Mal wegen. Und die auch. Ähm. Haben wir jetzt mal hier fertig gebrutzelt? Ja. Danke. Schön. Dann spinn dir mal einen zurecht, bitte. Soll ich du? Nein? Warum nicht? Hallo? 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 Ich bin verwirbt. Vier. Disturbed. Cotton. Ein String und ein... Ach, Reek of... Doch. Reek of Missfortune. Ich bin auch ein Held. Manchmal. Haben wir davon noch drei? Ja, perfekt. Okay. Gott, dann kein Whiff of Magic, sondern Leak of Missfortune. Oh, gut. Ist okay. So, das kann weg. Tier of the Goddess. Kann weg. Spindy, Spindy, Spindy. Yay. So, abwarten, Hotel trinken. Oh, yeah. Ich habe irgendwie nichts zu trinken, oder? Oh. Oh, Entschuldigung. Doch, irgendwie... So. Das dauert ein bisschen. Meanwhile... Kann ich noch ein bisschen in Experience naschen? No, 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 no. Okay. Schnauze. Okay. Ähm, wir waren... Oh Gott, komm mal dran. Wormwood. Wormwood. Okay. Äh, hier. Und zwar beim Traumfänger. Drei von denen. Hup. Das, ja. Ist korrekt. So. Was noch? Dreamweaver of Nightmares. Okay. Dreamweaver of Nightmares. Okay. Nightvision of Poison. Diamond Vapor. Itemframe. Gut, das kriegen wir hin. Was? Oh Gott, was war denn hier? Ähm. Muss ich denn hier das Ding für machen? Ich weiß gar nicht, was es ist. Drop of Luck. Ach, genau. Da wussten wir nicht... Braucht ich dafür nicht irgendwie 10.000 oder irgendwie ganz witzige Dinge? Eigentlich nicht, oder? Genau, ich wollte Mana Soup machen, aber das ging ja irgendwie nicht. Schade eigentlich. Ähm, gut, dann machen wir jetzt den Dreamweaver. Federn und hiervon eins. Und nein. Den hier. Ähm. Itemframe. Zwei Federn. So. Leder. Zwei. Zwei Federn. Dann war das, was für eine Potion? Splash Potion of Nightvision. Und Splash Potion of Poison. Dann. Äh. Haben wir was da? Ich glaube, einer. Was ist das? Swiftness. Hm. Nein. Abgelehnt. Was ist das? Splash Potion of Nikkei. Nein, auch nicht. Dann müssen wir da mal Browen doppelt. Nee, einfach reicht. Gut, also. Nightvision. Ähm. Also, wir brauchen eine goldene Karotte. So. Neterwarze. Neter, Neter, Neter. Hat er noch welche hier? Ich weiß nicht, eigentlich. Wo sind die hin? Ich habe doch welche gemacht. Da habe ich die, ich glaube, hier hingetan. Schnauze. Hier. Gruseligen Viecher. Neterwarze. Dann eine goldene Karotte. Eine Karotte, die wir noch da haben. Rein theoretisch. Goldene Karotte. 6, 7, 8. Goldene Karotte. Ähm. Haben wir noch Gasflaschen? Ich glaube, ich habe drüben noch welche. Gut. Mach ich. Äh, doch. Die Awkward Potions auf jeden Fall. Was haben wir hier noch? Special Potion of Region. Ja. Und erstmal so Awkward. Awkward. Ähm. Nightvision. Also Karotte. Und dann Poison ist... Ja. Spider-Eye. Also ein einfaches Spider-Eye. Okay. Wo sind meine Spinnenaugen? Spider-Eye? Wett, ich habe keine Spinnenaugen. Ich muss Spinnenaugen. Irgendwo habe ich so bestimmt. Fragt sich nur wo. Wie vielleicht? Ah ja. Stimmt. Viele hatte ich nicht, aber ein paar habe ich. Na, jetzt fahr auf. Fertig hier. Ja, gut. Dann machen wir mal erstmal hier. Keine Ahnung. Zwei Nightvision. Und. Ähm. Was müssen wir dann hier nehmen? Nightvision 6 Minuten. Poison 1,30. Gut, das heißt, wir brauchen noch, ähm. Ja, Gunpowder sowieso. Ich meine aber... Redstone zum Erweitern. Gut, also zwei Redstone. Redstone. Warum habe ich denn kein Redstone? Ach, da hier. Natürlich. Natürlich. Ähm, also Redstone für die Nightvision zum Erweitern und dann noch zwei Gunpowder zum Wurftrank machen. Und dann haben wir es geschafft. Dann gibt es einen schönen Dreamweaver. Fleetfoot Intensity. Okay. Interessant, was es noch nicht so uns gibt. Bubbelibubbeli. Dankeschön. Nightvision und einmal zum Werfen. Oh, nee, halt. Das machen wir anders. Oh, ich hätte jetzt mal den Redstone anders machen können. Egal. So, K... Äh, nee. Spinnenauge hier. Erstmal das doch durchbrauen lassen. Dup-di-du-di-durch-die-brauen-die-lassi. Und weiterlassi, lassi. Mein Gott, das dauert ewig, ewig. Ewig, 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 ewig. Oh, wir haben hier... Was zum Umdrehen. Yay. Äh. Da. Region Scenes mit... 1, 5, 2. Wow, das ist ja mal nichts. Krass. Nun denn. Dann halt nicht. Ähm, so. Bup. Ja. Wobei, es geht eigentlich. Ist okay. Das kommt wieder auf den Kompost. Kompost. So, dann. Ja. Jetzt das ganze Splashen. Splash Potion of Poison. Und Light Vision. Warum sind die 8 Minuten und nicht 6 Minuten? Wie die da? Oh Gott, hoffentlich geht das gut. Das geht doch niemals gut. Mal gucken. Mal gucken. So, was gibt es sonst noch? Das lasse ich durchlaufen. Die brauchen noch eine Weile. Ha. Ja. Stimmt. Wie schaut es eigentlich aus mit... Ähm. Hatten wir nicht... Das ist Taumcraft. Das ist... Ich dachte gerade, wir hätten hier... Ähm. Blood Magic drin. Haben wir auch. Warum haben wir da nicht viel gemacht? Das ist immer eine Idee. Weil dann könnte man nämlich... Das City of the Green Growth... Wäre hier... Richtig geil. Warum... Haben wir das noch nicht getan? Ich weiß es nicht. Dabei haben wir Regen ohne Ende. Ne? Ah, okay. Jetzt ist es so, wie es sein soll. Okay. Okay. Also, Night Vision... Dingenswomens... Ähm. At the Frame und unsere... Zwei... Federn sind weg. Da sind sie. Ich bin einfach nur blind. Okay. Ich bin blind. Das macht nichts. Manchmal... Oh Gott. Ich wusste, dass es nicht funktioniert. Huuuuh. Weaver. Shaped Crafting. Item Frame. Twine. Feder. Splash Potion of Night Vision. Diamond Vapor. Oh, Diamond Vapor. Natürlich kein Tier of the Goddess. Das sieht sich ähnlich, aber... Okay. 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 Alles gut. Alles gut. Gott sei denn. Huuuuh. Fuh. Jut. Ähm. Ich wollte trotzdem eben gucken, ob wir nicht... Aber... Ne. Irgendwie gibt es hier noch keine wirkliche Blood Magic Reihe. Oder ich weiß gerade gar nicht, wo ich sie finde. Naja, ist jetzt auch egal. Äh, erstmal kurz den Dream Weaver. Und dann... Wispy Cotton. Ich hab doch... Achso, ne. Krieg ich dann. Okay. Das heißt, wenn wir den Dream Weaver jetzt aufhängen, zum Beispiel hier, sollten wir unter dem Einfluss dieses Dream Weavers in die Schlafwelt gehen und dort das normale Cotton in einem schönen, guten Traum, äh, machen können. Ja! Wir sind da, wo wir hingehören. Na Gott sei Dank. Na Gott sei Dank. So sind wir dann eine Weile wandern, um den Cotton zu finden. Das Cotton? Den Cotton? Keine Ahnung. Ah, guck mal. Das ist die Stelle, wo wir gespawnt sind, nur ohne... Ohne alles quasi. Cool. Ui. Nice, nice. Ich mag Pink. Pink heißt gut. Wir gehen mal in diese Richtung hier. So. Ein guter Traum, Gott sei Dank. So, das wird natürlich wieder eine schöne, fette, zweiteilige Fertigke. Folge, weil ich mal wieder nicht genug kriegen kann. Da ist ja so ein Schnatz. Was bist du? Was bist du? Oh. Da. Spirit? Kann das sein? Ja, ne? Da stand Spirit, meine ich. So. Die haben wir. Ich glaube ich noch ein paar mehr von denen mit. Falls ich gerade noch welche finde. Oh, irgendwie macht das Ganze mich gerade ein bisschen döselig hier. Das Pink mit dem Grün dann so schräg und ohne Mitmapping. Tut schon ein bisschen im Kopf weh, muss ich sagen. Aber sonst ist alles gut. Da hinten muss bald unser Öl kommen. Ha. So. Hallo Spirit. Die sind echt süß. So, ich will noch mehr davon mitnehmen. Es ist jetzt gerade irgendwie ein bisschen sehr wenig. Ich habe ein bisschen zu viel von dem Albtraum-Kotten-Zeugs mitgenommen. Da hinten ist noch. Ren mit deinem Speed-Ultra-Hack. So. Da ist noch viel mehr Kotten. Ja. Das sammeln wir noch ein. Und dann gehen wir zurück in die echte Welt. In die reale Welt. Hallo Spirit. Kleine süße Stadtsding. Oh, ist noch richtig viel. Das ist schön. So. Hier haben wir das alles. Nein, aber nicht. Wunderbar. Cotton hier und Cotton dort. Sehr schön. Reicht. Plopp. Gehen wir zurück. Genug geträumt für heute. Wui. Sehr schön. Okay, dann können wir den Quest auch direkt noch abgeben. Claim we want. Spirituell Schmusing. Brew of Flowing Spirit. Okay. Okay. Ähm. Aber nicht jetzt, oder? Chalk. Ja. Aber es gab es nicht einen... Blood Magic. Ich glaube fast nicht, aber es wäre mal an der Zeit, es zu machen. Wegen dem Green Growth. Dann könnte ich offscreen ein bisschen besser arbeiten. Für wegen Pflanzen wachsen lassen und so. Ich hoffe mal, dass es auch für die, ähm, hier Magical Crops gilt. Das wäre ganz schön. Das heißt, ich würde damit, glaube ich, mal eben gern anfangen. So, das kommt alles weg. Das kommt weg. Das, 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 das. Äh. Ja. Ja. Wie wäre es denn mal mit, ähm, mit einem Altar? Ach, genau. Dafür brauchte ich den... Ach, den Charge-Tunestone. Oh, ho, ho. Tauben im Ingenug. Oh, ho, ho. Okay, I see, I see. Jetzt weiß ich, warum wir es nicht gemacht haben. Das ist was für Späthor. Das heißt, wir müssen uns jetzt Fett in Towncraft reinfuchsen. Mit dem Crucible, ja. Great Wood Sapling. Wie machen wir dich denn? Great Wood Sapling. Great, Great Wood Sapling. Ah, Tree Fight Seed. Rowan, Elder, Hawthorn. Essence, Nature. Äh, wie ging die noch gleich? Und heimlich extrem muss. Week of Miss Fortune, wie kann man die noch gleich? Oder? Oh, je, je, je. Elder. Haben wir noch Elder irgendwo rumfliegen? Elder. Äh. Ich glaub, da muss ich nochmal eben kurz ein bisschen Hand anlegen. Ach, ja. Wo ist mein ganzes Bowenmeer eigentlich hin? Ähm. Habe ich noch Bowenmeer? Ich hab immer Knoppen. So, dann brauche ich meine... Äh, diese Axt. Äh, diese Axt. Diese Axt. Hui. So. Hopp. Ich glaub, da ist schon alles dran gewesen. Oh, oh Gott. Man hat's nicht live. Immerhin geht's ziemlich fix. Relativ ziemlich fix. Ha. Nochmal, nochmal, weil's so schön war. Go, wachse. Geht doch. Hm, aber hoch. Oh, die, du, die, du. Nice. Äh, Acht. Hoffentlich reicht das. Oh, je, oh, je. So. Und das, ja. Okay, Great Wood. Ähm. Tree Filed. Genau, du wolltest. Reak of Misfortune, Tear of Goddess, Mandrake, Ember und Artischoke. Also, du. Ember, Ember, Ember. Artischoke. Viermal. Tandis. Ember. Artischoke. Duda. Dann hiervon eins. Pflüpp. Und bitte ein Reak. Dankeschön. Sehr freundlich. Zack. So, also brauchen wir als erstes von den Dingen ein. Pflüpp. Dann brauche ich zwei Naturessenzen und... Da ist eine Natur. Du bist eine Natur. Zwei Natur. Dann, ähm... Was war das noch? Oh Gott. Ähm. 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 Von jedem einen und drei Strom. So. Ähm. Höp, höp, höp. So, dann. Nope. Wackel und... Wackel und hiervon. Great word. Jip, 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 jip. Sehr schön. Und dann ist auch Zeit, endlich aufzuhören, wa? Ich glaub... Oh Gott. Müssen wir ja eine oder mehrere machen? Ich glaub nur eine, wa? Eine? Und Gott sei Dank. Irgendwann vier. Also können wir einen anpflanzen. Nice. 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 Ready? Jip, jip. Kakao. Kakao. Weiter geht's. Yes, baby. Nächstes Mal geht's weiter mit Towncraft. Und ich würde sagen, bis dahin. Ciao, ciao.